Hüte in allen Farben und Formen, egal wohin man hinschaut. Seit 25 Jahren fertigt Astrid Ries in liebevoller Handarbeit Hüte und Kappen für ihre Kunden. In ihrem Atelier Hut ab in Linden hält sie das aussterbende Handwerk am Leben. Astrid Ries ist Modistin. Sie stellt Hüte auf traditionelle Weise her. Die Entscheidung für den Beruf kam früh. Nach der Schule wollte ich eine Ausbildung machen und habe mich dann für die Ausbildung der Modistin entschieden. War ja zu der Zeit, 83 bis 86, ist lange her, war der Hut nicht unbedingt in der Mode zu sehen, also nur vereinzelt. Und das hat mir aber trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht und dann habe ich mich in den Anfang der 90er Jahre entschieden, mich selbstständig zu machen. Sich selbstständig machen, das ist Astrid Ries gelungen. Heute kann sie in ihrem Laden auf zahlreiche Werke zurückgreifen. Was sie besonders an ihrem Beruf schätzt ist... Das Kreative natürlich, das Arbeiten mit Farben. Und dass man doch relativ schnell, also es ist auch was Humorvolles, wenn Frauen sich was aufsetzen, was ihnen steht oder auch Männer oder auch nicht. Man ist schnell eine andere Persönlichkeit. Das geht mit kaum einem anderen Kleidungsstück so, eigentlich gar nicht. Man setzt einen Hut auf und könnte ein anderer Typ sein. Und dann immer zu sehen, wir haben jetzt hier die Hüte gemacht für die Person, wenn das dann die richtige ist. Also nicht gerade ein Auftrag, sondern dass wir in der Kollektion was haben, was jemandem so gut steht und so passt. Dass man denkt, da ist sie, für die wir es gemacht haben. Persönliche Wünsche werden hier auf den Kopf zugeschnitten. Nele ist ausgebildete Hutmacherin. Gelernt hat sie bei Astrid Ries. Ein Praktikum am Theater brachte sie auf den Beruf der Modistin. Es ist ein Beruf aus Liebe zum Handwerk. Am meisten schätze ich, dass man einfach erstens mit seinen Händen arbeiten kann, wirklich so richtig, ja, richtig was schaffen kann. Man kann den Filz fühlen, man kann, ähm, man kann das Stroh fühlen, man kann richtig mit den Materialien arbeiten. Und natürlich, man kann total kreativ sein. Man hat einfach total viele verschiedene Farben, mit denen man arbeitet und einfach Ideen, die man umsetzen kann. Von der Idee zum Entwurf. Die Werkstatt von Astrid Ries ist Entstehungsort der individuellen Kopfbedeckungen. Jede einzelne aufwendig gestaltet. Jetzt habe ich die Filzstumpe gerade über den Dämpfer gesetzt. Der Dämpfer jagt da jetzt heißen Wasserdampf durch. Einfach damit der Filz ein bisschen weich wird, damit er flexibel wird, damit ich damit arbeiten kann. Und die Filzstumpe muss jetzt halt wirklich mit diesem heißen Wasserdampf durchtränkt werden, damit man da draus gleich was machen kann. Damit es dann auch die Form behält und so über der Form trocknen kann. Also der Hut ist jetzt gut durchtränkt. Der ist sauheiß. Der ist bestimmt so 300 Grad fast. Und den ziehe ich jetzt mit Kraft über die Form. Aber da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Klar, dass man es gleichmäßig macht. Dass man am Ende gleichmäßig die Krempe gut verteilt hat. Dass man den Hut gut zieht. Dass man den Hut aber auch nicht zu doll zieht. Weil der kann irgendwann auch reißen. Dafür braucht man sehr viel Kraft. Das passiert jedem Modisten so ein paar Mal. Und dann ist man immer sehr schockiert, wenn man das dann wirklich geschafft hat. Jetzt nehme ich ein Ripsband und Nadel. Und fixiere die Kopfweite des Hutes. Einfach, dass er beim Trocknen nicht wieder hochrutschen kann. Sondern, dass er genau so über der Form bleibt. Astrid Ries hat ihr Handwerk bereits perfektioniert. Beim Thema Hut kann sie auf ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen. In meiner Zeit, solange ich jetzt Modistin bin, kann ich sagen, hat sich der Hut sehr nach vorne entwickelt. Gerade so in den letzten zehn Jahren. Insbesondere auch die Männer. Also das macht inzwischen sicherlich 50 Prozent meines Gesamtumsatzes aus. Dass auch viele junge Männer, die kleinen Trilbys, Porkpies, Kappen und so weiter gerne tragen. Und das wird für mich, habe ich wieder den Eindruck, eine behütete Zeit. Astrid Ries ist optimistisch. Denn für sie steht fest, Hüte liegen heute wieder absolut im Trend. Und werden auch in Zukunft ein beliebtes Accessoire bleiben. Ja.